Ich bin gerade runtergefallen so knapp, fast wäre ich gestorben, Alter. Ich schippse dich runter. Fick dich, fick dich richtig hart in deinen Penis rein. Okay. Nein, Schau. Go, cheat. Der hatte null Leben. Jan hatte Angst, gegen ihn zu kämpfen. Hau, lass die Weitems bitte da, das möchte ich nicht brauche. Aber die Schwerter darf ich ja wohl nehmen. Nein, nicht das da. Das brauchte ich, du Scheißspaß. Du hast auch mal eins genommen, das ich brauche. Du hast es schon mehr als einmal gemacht, ja? Alter, da brauchst du davon keins. Nein, von dem brauche ich keins. Auf, geh den Kaffee. Das ist der Brauch. Ihr nehmt mir alle meine Schwerter weg. Schmeißt alle raus, Paul. Schmeißt alle raus. Wirklich? Die klauen meine Sachen. Ich habe die Lagen alleine verteidigt. Alleine. Kommt ihr und nehmt meine Sachen weg. Ist das andere oder wen? Alle. Auf dich? Außer mich. Oh. Ich weiß schon, wie ich das Video nenne. Rage wegen Dummheit von Leuten. Gute Idee. Zeig mir nicht, was eine gute Idee ist. Seid ihr blöd oder so. Auf dieser Lane ist das da das Einzige, was verteidigt, ja? Das reicht auch. Ne, reicht nicht. Wenn ich da nicht wäre, wäre das schon lange tot. Ja, du bist nicht der Einzige. Doch. Irgendwie erschont man. Egal. Wer hat die Hälfte für die Verteidigung, kommt von mir. Alter. Sucks to be you, life is short and so is your penis. Du hast mir einfach das beste Schwert, das da lag. Du hast mir schon jetzt zum zweiten Mal sowas gemacht, ne? Finde ich richtig scheiße von dir. Wenn du einen Stern hast, dann ist doch auf dem höchsten Level, oder? Ja. Ne, auf einem dem höchsten Level. Weshalb kommen jetzt die nächsten Feinde, Paul? Hast du nicht auf unendlich gemacht? Hast du nicht. Man hört übrigens bei dir die Musik und so. Nicht Musik. Bei dir hat man gerade das Ticken gehört und alles. Bei dir hat man gerade das Ticken gehört. Alter, ich mach grad Platz, ich bin die ganze Zeit auf die Frau. Ja, ich hab ein Schwert, dass ich selbst zu meinem Level Ich kann's nur nicht benutzen, aber GEMP ist besser als mein Dokument. Der Quert, Junge, ist ziemlich hart. Alter, sei mal nicht so... Du hast viel angepisster, als ich dir was weggeschnappt hab. Und wehe, ihr nehmt sie weg, dann... Ich nehm jetzt überhaupt kein Item. Ja, eben die Brosse. Liegt ein Style-Sperr auf dem Dach. Warum würd ich's nehmen? Weil ich's nicht nehm. Alter, krass. Was ist denn im Rennen los? Im Haus? Ja. Man sieht nur, wie das Haus von innen aufgebaut ist. Ähm, mit Stücken. Und darüber sind dann die Dachsiegel. Da hinten liegt was. Das nimmt der jetzt aber auf jeden Fall. Na, da liegt was, was ich brauche. Da liegt auch was, was ich brauche. Bevor du's nimmst, Paul, sag mir, was das ist. Glänzende, verzauberte Panzer wirst du. Wenn du's draus nimmst. Den Helm brauche ich. Panzer Kapuze brauche ich. Glänzende, verzauberte Panzer Kapuze. Ach so, das brauchst du jetzt, Paul. Ach so, ja, so heißt du. Ne, ne, das ist wenn du rot. Nein, das ist gelb. Das ist gelb. Ich komm mal eben hier durch. Oh, das ist so ein hässlicher Pinzweckiger in mir. Sie fühlt sich mal, ne? Du musst nicht jeden töten, der besser ist als du. LOL! Wie wir aber nur durchgemetzelt haben, Junge. Ja. Ich muss das Junge mir abgewöhnen. Nein! Auszeichnung, Hausmeister, Plus und Nummer 50. Nein, das ist Typ, der vom Dach wird. Was bringt der Score? Wenn ihr das wisst, ihr dürft's gerne in die Beschreibung, äh, in die Kommentare schreiben. Welches Score? Score. Ach so, das Zeug? Keine Ahnung. Vielleicht. Oh, Leute, ah, ich muss den Typen, Newton. Da hinten kommt gleich ein Org, ne? Jan, soll ich dir mal was zeigen? Nö, Geld. Dann waren wir eigentlich auf der Größe, auf einer der größten Lanes nix. Jan? Ja, komm mal her, bitte, komm mal kurz her. Nö. Alter, ich hab noch richtig geile Finger. Ich hab einen richtig geilen Penis. Trotzdem zeig ich dir den nicht jedem. Wo bist du? Hier, bei dem Teil. Ja. Soll der weggehen, sonst nimmt der es auf. Ja, gib her. Die ist weg. Mach hinne. Aber mach ich nicht so schnell. Keine Ahnung, ob das gut ist. Und? Ist grün? Nee. Dann nimmst du. Es braucht dich. Nö. Vergiss das jetzt, nehm ich nix mehr von dir. Irgendwie hab ich Bock, mein Dings zu leveln. Weißt du was? Ich schalte mal um. So, und jetzt werdet ihr nämlich gleich höher den. Ja, wir sind nämlich immer noch eine Aufnahme. Was? So und verdammt. Hast du nicht aufgenommen? Doch. Verdammt, das brauchte ich voll. Was? Du hast doch was aufgenommen, was ich brauchte. Oh Mann. Nee, ist okay. Ja, darf dir was geben? Weißt du was richtig geil ist? Jan, ich hab einen, Jan. Ich hab die geilste Waffe sowieso schon. Äh. Ich hab eine, die sieht aus wie ein riesiger Käfer. Ja, aber die geilste Waffe hab ich ja schon. Ist lustig. Okay, dann gibst du sie nicht. Brauchst du ja nicht. Jan, es liegt da. Lol. Was ist das? Oh weh, der nimmt's jetzt. Warte, ich geb sie, okay? Hab's schon. Hast du? Hab ich. Ich glaub ich hab's genommen. Nö, hast du nicht. Hab ich ja zufällig. Abgenutzte Skelettbogen, der ist schlechter als meiner. Und dann hab ich noch einen Drachenbogen. Genau. So. So. Ich werde danach, Paul, also nach der Aufnahme. Ja. Guck ich mal, ob ich ein Dings, ob ich ein XP-Farm-Game finde. Ich werde ihn nämlich hochleveln. Ein XP-Farm-Game. Wo man XP-Farm kann. Ah, okay. Na, wir schauen uns so. Ist ja Penis. 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 Wir haben Fiora, den hab ich von, äh, Dings. Von, 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 von. Von League of Legends. Fiora Kicken. Das macht sich schlag nicht so hart. Fiora Kicken. Geht mit dem Ding nicht Dauerfeuer? Wo? Loll. Loll, wieviel Damage. Ich hau den Rörper weg. Wieviel Damage ich dem Ogre mach? Also gar kein. Nein, nein! Wo ist der? Hilfe! Wo ist der Uga? Keine Ahnung, ist er. Oh, scheiße, habe ich nicht verloren. Unsichtbar! Zack. Ich mache ihn gerade fertig. Warum hilft mir niemand? Äh, ich habe gerade den Uga getötet. Gibt es noch einen anderen? Ich wollte nicht den! Fick. Ich habe gerade einen anderen getötet. Warte, es ist erledigt, Gott. Alter, das ist ein richtig geiles Item, das braucht es. Er holt sie doch. Fuck. Seit ich mit der Spiele liegen hier nur noch Item, die ich brauche. Das war's. Ich hoffe, ich fühle die alte Katzen an, die alte Katzen zieht. Ha! Zwei! Oh, du wirst es gar nicht mehr. Nein, nein! Das ist ein Team, das ich brauche. Wozu brauchst du denn jetzt die Kriegspaliste? Keine Ahnung. Wozu braucht die Kriegspalte? Bis zum nächsten Mal. Ich schraue diese Kriegspalte. Warberger Kriegspalte? Langer Kriegspalte? Es ist eine Reise.